Jetzt brauche ich hier nochmal eine... genau wie viele Esel habe ich denn eigentlich einlagern? Oh 77, da brauche ich keine zwei Esel fahren, das ist... Spitzhacken müsste ich auch mittlerweile wieder genug haben... Joa... Kohle gefunden... Ist mir egal... Ich bruche Soldaten... Äh, Lagerhaus... Soldaten hier ausbilden... Da würde ich alles noch hierhin schaffen... Ach, schade, dass ich vorhin keinen Stein habe, das ist echt... zum Kotzen... Hier ist Eisenherz... Wo ist... wo... ich glaube hier war noch über Granit, oder? Ich bin froh, wenn mir das Stein aufgeht, äh, brauche ich lieber nochmal so einen... Die Fischerhütten laufen noch... denke ich... Schauen wir doch mal nach... äh... Keine Ruhrstoffe gefunden... Kohlebergwerk... Zack... Oh, und schon vorne ist nicht schlimm... Ja, endlich habe ich hier volle Besetzung des Soldaten. Das wird nur auf jeden Fall weiterhelfen. Wie schaut es aus mit... Waffen? Oder Soldaten? Ja, ich schlage endlich bei Soldaten ein. Kann man eigentlich direkt Soldaten... Kann man eigentlich direkt auf Generäle auswählen? Denn ich habe doch Goldmünzen, oder nicht? Nein, ich habe keine Goldmünzen. Ich habe auch kein Gold mehr. Ich habe auch kein Gold mehr. Das ist natürlich nicht so gut, dass ich hier kein Gold mehr habe. Ich habe keine Goldmünzen. Ich habe keine Rohstoffe gewonnen. Kohlewerkwerk. Fischerhütte. Ja, so lange gehen wir die Rohstoffe aus. Oh, hier ein Kohlewerkwerk. So. Akkultwerke schläft ein bisschen, bis es einem Werke geht. Jetzt wird es schon aus. Schweine werden geschlachtet. Jetzt setze ich hier nochmal den Bauno-Pin und ... ne, 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 mache ich umgekehrt. Ich setze hier den Bauno-Pin und hier die Schweinezucht. Und dann hier nochmal die Fleischerei. Und dann braucht der Bauno-Pin und natürlich einen Brunnen. Äh, bauen auf die Schweinezucht. Und die Festung ist fertig. Ich mag Soldaten, 19 Soldateneinlagern, sauber. Die meisten sind hier, schön. Wenn die Festung fertiggestellt ist, können wir nicht mal wieder auf Angriffskurs gehen. Oh, der hat jede Menge Gebäude gebaut, aber ... ... der hat keine Direktverbindung zu seinem Heimatgebiet. So auch immer. Da ist hier so ne ... äh ... ... so ein komischer Übergang. Naja. Soll mir recht sein, dann kann er da keine Verstärkung hinschicken. Hier sind 19 Getreide eingelagert. Soll ich noch nicht? Hm ... vielleicht ... Hm ... vielleicht ... ... mh ... ... vielleicht ... ... vielleicht ... Hier... noch eine Mühle und da noch eine Bäckerei. Hm, ich könnte jetzt keine Bäckerei bauen. Dann brauche ich hier noch eine Bäckerei. So. Nein, die Fleischerei. Ah! Wo ist die Mühle? Ach, hier haben wir noch einen Bauernhof. Ah, okay. So. Oh, meine Festung ist fertig. Der Ball hat's auch schon drauf. Der ist auch Sack. 15 Leute kann ich angreifen. Kann ich hier angreifen? Mit 20. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's. Ja. Ja. Glaub ich da noch mit 6 an. So. Boah. Hier eine schöne Straße rüber. Und dann hier mit 22. Boah. Jetzt läuft's doch wieder. Muss nur noch eine neue vorgelagerte Position bauen und schon geht's wieder. Boah. Ich hab's nicht mehr weit. Ich könnte es gleich schaffen. Dann kann ich zum Grund 9 angreifen. Jetzt warte ich, bis die Gebäude hier weg sind. Dann kann ich wieder... Ja. 13 Leute. Schön. So, hinten braucht kein Gold mehr. Hier braucht kein Gold mehr. Und da schon gar nicht. So. Hier muss man noch. Da brauch ich aber nicht mehr. Hier aber nicht mehr. So. Ah, eingenommen. Schön. Okay. Dann erstmal. 29. Hätte ich auch weniger angreifen können für... Na, ist egal. Mit 2. Greifen wir nochmal mit 2 an. Gut. 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 Ah, gewonnen. wir laufen so viele von den typen rum, dass ich gar nicht mehr sehe, wo ich angreifen kann naja, den kann ich nicht ausbauen, naja, die sterben gleich alle naja, den ersten und so werde ich auf jeden fall verlieren hier, wo ich keine goldenen Ingenierungen habe, wenn ich den Marsch gespeichert habe, ok hier wollte ich auch keine goldenen Ingenierungen fast da na, hier ist wohl Kohle naja, komm, mach den Platz der hat starke Krieger hier, ich glaube, das sind alles Generäle deswegen, ja, geht der Anschluss schief kann ich hier nicht irgendwas von ausbauen, ne, wenn ich hier die Fahne habe, weiß ich den kann ich ausbauen und da hat er seinen Teil zurückgehobert, der Sausack na, ist nicht schlimm ist nicht schlimm ich habe mehr Leute, der hat zwar da Generäle, aber ich habe sehr viele, oh da na, ich habe sehr viele mehr Leute wenn er erst mal seine Soldaten verpulvert hat, kann ich weiter keine Rohstoffe im Kohlewerkwerk keine Rohstoffe im Eisenbergwerk, na super ähm, kein Rohstoffe im Eisenbergwerk, na super ok wenigstens bleibt dann Nahrungsmittel für andere Bergwerke da, cool, ja, war klar, hier unten ist nix mehr oh, ich habe nicht gewonnen das ist blöd oh, ich habe hier Münzen wieso kann ich die hier nicht ausbauen wir können hier nicht ausbauen, keine Ahnung wieso das ist aber nicht schlimm, ich habe jetzt die Oberhand Waffen werden hergestellt dann wollen wir hier noch ein paar Werkwerke mal hinsetzen ah, er greift mich an da müsste ich aber updaten können NEIN der Saulsack ah, ich habe zwölf truppen der greift ja mal den hinteren Turm an der greift ja mal den hinteren Turm an ich mache nicht, ich habe zwölf, von der ist da drei oder vier der ist mir auch seine Generäle nicht zu aber Untertitelung des ZDF, 2020